jo was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von rome success team darf man geysel im chalet das ist nicht gut und auch nicht ganz so okay wir müssen hier wieder aufpassen was wir hier tun und zwar so richtig und zwar pickt haben okay wir haben blitz ash montane und twitch warum denn bei mir bestätigt wurde lokalisiert 10 sekunden ist einsatz noch fünf sekunden geisel entdeckt ich lade ein neues magazin ja Ah! Oh fuck, hinter mir noch Gegner übrig Gegner eliminiert, eigener Druck erfolgreich Wir haben meine Verbindung immer mehr zu, damit interessant Und Wir sind glär, wir sind doch mit einer Scheiß-Invert-Verbindung Alter Die Geisel muss gesichert werden, den Raum befestigen Mhm, 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 mhm Verstärkung der Wand beendet Gegner Drohne an die Geisel lokalisiert, auf Angriff vorbereiten Wandverschneid im Bereich WTF Zehn Sekunden noch Es dauert fünf Sekunden Achtung, die Gegner haben nicht Kontakt zur Seite Wand befestigt Nein 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 Die Gegner haben die Geißel gesichert. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Mission gescheitert, eigener Druck neutralisiert. Nur 1-1 Leute. Okay Leute, kommen Leute, gehen. Oh, Papa Schlumpf ist da. Oh, Papa Schlumpf ist da. Alter, was ist denn hier los gerade? So. Also. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Oh, no. Ein Gegner übrig. Thank you. Ich habe noch 1,45, das passt eigentlich. Oh, thank you. Thank you. Thank you. That's bad, bitch. Thank you. No, no. Thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Okay. 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 schick Was ist denn jetzt? Hahaha Oh, das ist ja Hahaha 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 Ah, Jesus Hahaha 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 Oh, Mann Ey, ich muss gerade so lachen, Alter Hahaha Ey, ich hab Volpation gehalten, Alter Ich hab mal angefangen zu reden Hahaha Hahaha Ja, liebe Leute, ich bin aufgehört und versuch' ich noch bis zu diesem Bad von Road 6 Ich bis zu deinem Auto rein und tschüss Hahaha 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 Und Das war's für heute.